Automatische Rundlauftablettenpresse zum Pressen von Tabletten mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm aus Salz. 25 Paar Presswerkzeuge sind installiert. Die Rundlauftablettenpresse ist aus rostfreiem Stahl gefertigt. Maximale Leistung von 60.000 Tabletten pro Stunde. Alle Teile der Presse sind von allen Seiten zugänglich. Der Arbeitsbereich ist mit transparenten Kunststoffschilden abgedeckt. Die Presskraft und die Leistung können stufenlos eingestellt werden. Die Hauptpresskraft beträgt 12 Tonnen. Geeignet für die Herstellung von verschiedenen Tablettenformen mit Logos. Ausführliche Anleitungen zum Aufbau der Presse und zur Herstellung von Tabletten sind erhältlich. Vor der Auslieferung an den Kunden wird die Presse vom Hersteller geprüft und getestet. Vollständigkeit und Leistung sind garantiert. Erfahrene Spezialisten der Firma Minipress helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Gerätemodells. Unser Katalog Minipress DUT. RU ist einer der maßgeblichen in der pharmazeutischen Industrie. Jeden Tag beantwortet ein Berater Fragen zu WhatsApp, Art, Plus 7, 985, 364, 38, 08. Sie können auch eine Anfrage an, E-Mail, Info, Duk, Minipress, DUT, RU, senden. Wir halten einen Vorrat an Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien auf Lager. Punkt Rundlauftablettenpresse Modell RZK 25 Anzahl der Pressen 25 Paare, Hauptpresse 120 kg Nefton 12.000 kg pro Quadratzentimeter, maximaler Durchmesser der Tabletten 25 mm, Fülltiefe des Pulvers in der Matrix 25 mm, maximale Höhe der Tabletten 14-15 mm, einstellbare Rotordrehzahl 20 Umdrehungen pro Minute, Kapazität 60.000 Tabletten pro Stunde, Elektromotor 4 kW, 980 Umdrehungen pro Minute, 380 Volt. Es grüßt Sie, die Gesellschaft minipress.ru. Wir bieten professionelle Beratung bei der Auswahl beliebiger pharmazeutischer Ausstattung an. Großer Katalog neuer Ausstattung von Fabriken aus China, Indien, Korea, Taiwan. Suche nach gebrauchter pharmazeutischer Ausstattung aus Europa und Russland. Guten Tag, mein Name ist Roman Zibulski und ich bin der Gründer und Eigentümer des Katalogs für pharmazeutische Ausrüstung minipress.ru. Seit 20 Jahren helfe ich unseren Kunden jeden Tag bei der Auswahl und Lieferung von pharmazeutischen Geräten. Jedes Jahr nehme ich an Ausstellungen für pharmazeutische Geräte in der ganzen Welt teil. Mein Ziel ist es, neue Modelle von bester Qualität für meinen Katalog zu finden. In meinem Katalog finden Sie Tablettenpressen, Verblisterungsmaschinen, Baggerkessel, verschiedene Verpackungs- und Produktionsanlagen, eine große Auswahl an Labormaschinen, kompakte Tischgeräte für die Gründung eines Pharmaunternehmens. Wenn Sie das von Ihnen benötigte Modell nicht gefunden haben, kontaktieren Sie mich. Ich werde Ihnen die beste Option vorstellen. Ich biete meinen Kunden nicht nur Informationen über die Geräte, sondern auch Daten über verschiedene Technologien. Ich kenne mich in diesem Bereich sehr gut aus und habe viel Erfahrung gesammelt. Meine eigene und die meiner Kunden. Im Katalog finden sich verschiedene Arten von Geräten, die in China, Indien, Taiwan, Korea und auch von europäischen Herstellern hergestellt werden. Mein Team löst alle Fragen, die mit der Auswahl, dem Kauf und der Lieferung von Geräten zusammenhängen. Jeden Tag können Sie mich über alle verfügbaren Kommunikationsmittel kontaktieren, per Telefon, Skype oder E-Mail. Ich bin bereit, Ihnen mit all meiner Erfahrung und meinem Wissen bei der Auswahl von formatastischen Geräten zu helfen. Ich werde froh sein, Sie als meine Kunden zu sehen. Ich werde froh sein, Sie als meine Kunden zu helfen.